Hi Leute, willkommen bei meinem neuen Video. Jetzt sind sechs Monate nach der Haartransplantation in der Türkei vergangen. Ihr wollt wahrscheinlich den aktuellen Stand von meinen Haaren sehen und den zeige ich euch gerne. Ich gehe da mal ran, denn es gibt heute zwei Punkte, die ich kurz ansprechen möchte. Zum einen ist das, was ihr gerade seht, die Haarlinie. Ihr seht gerade die Haarlinie. Ich hoffe, möglichst gute Auflösung. Und die ist für mich persönlich super. Mit der Haarlinie bin ich richtig zufrieden. Ich habe jetzt mehrere YouTuber gesehen, die relativ aktuell auch die Haartransplantation haben machen lassen. Ungefähr auf dem gleichen Stand sind wir. Manche ein bisschen weiter, manche noch nicht ganz so weit. Und da gab es überraschend oft Leute, die mit ihrer Haarlinie unzufrieden waren. Die haben mal von Haken gesprochen oder dass die Haare nur abstehen. Gut, meine Haare style ich natürlich immer so nach oben, hinten, seitlich so ein bisschen. Sprich, glatt habe ich die eh nicht. Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob meine auch automatisch absteht. Ja, aber die Haarlinie an sich finde ich super gemacht. Ich sehe da auch jetzt nicht die Haken, die andere YouTuber bemängeln. Wobei die aber auch an anderen Kliniken das gemacht haben. Vielleicht ist das klinikabhängig, weiß ich nicht. Ja, zur Haarlinie, wie gesagt, bin ich wirklich sehr zufrieden. Da haben die wirklich einen super Job gemacht. Was unter meinem letzten Video kritisiert wurde, war die Haardichte im vorderen Bereich. Jetzt möchte ich mal sagen, wenn man mich so sieht. So unterhalte ich mich mit Menschen. Die Menschen sehen mir ins Gesicht, also auf Augenhöhe in der Regel. Und ganz ehrlich, wenn ihr euch aus der Entfernung bei mir unterhaltet, und klar, Geheimratsecken habe ich ja automatisch dagelassen. Habe ich ja von mir selbst aus gesagt, die möchte ich nicht schließen. Die sind da. Der vordere Bereich ist etwas, etwas lichter. Ob der noch wirklich voll wird, weiß ich nicht. Aber im Großen und Ganzen würde man mich, wenn man mich so sieht, bilde ich mir jetzt ein. Ich kenne mich ja von früher. Ich weiß, wie schlimm es vor der OP aussah. Und wie es jetzt aussieht, würde ich persönlich eigentlich nicht denken, dass ich jetzt irgendwie große Haarprobleme hätte. Okay, wenn man von oben rauf guckt, sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Da werde ich euch keine falschen Geschichten erzählen oder welche Lügen erzählen. Denn es ist und bleibt ein Informationsvideo und Kanal. Und ihr sollt natürlich alles sehen. Die Fortuna-Nachteile. Nachteile in Anführungsstrichen. Denn zum einen sind da Haare. Und zum anderen habe ich eine Haartransplantation nicht nur im vorderen Bereich gemacht, sondern auf der ganzen Kopf-Oberfläche. Das darf man mal nicht unterschätzen. Wenn man genug Spendermaterial hat, und das habe ich nicht, dann kann man zwei OPs machen. Und dann füllt man einmal vorne auf und einmal hinten. Wurde mir auch unter einem Video von mir vorgeschlagen. Mein Spenderbereich ist aber nicht so groß, dass man zwei OPs hätte machen können. Oder man hätte halt zwei OPs machen müssen und jeweils nur 2000 Graphs einpflanzen sollen. Ich weiß allerdings nicht, ob 2000 Graphs von dem vorderen Bereich gereicht hätten. Von daher habe ich mich für den kompletten Kopf entschieden, damit ich überall ein bisschen aufgefüllt habe. Und vorne ist es denn keine Mähne, wie Elvis Presley sie zum Beispiel hatte. Die werde ich auch nicht bekommen. Ich habe aber grundsätzlich auch dünnes und blondes Haar. Das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, den man einfach nicht unterschätzen darf. Bei dickem, dunklem Haar würde es nochmal ganz anders aussehen, die ganze Geschichte. Das heißt, die generelle Haarstruktur eines jeden muss natürlich auch berücksichtigt werden. Genauso wie der Spenderbereich. Wenn Leute genug Spenderbereich haben, dann kann man auch zwei OPs machen. Dann ist das wunderbar. Ich möchte behaupten, zum einen hat meine Friseurin auch bestätigt, dass da noch einige Haare gerade am Wachsen sind. Also dass sie noch sehr kleine Haare da oben sind, die noch länger werden. Und damit das ganz Gesamtbild auch noch dichter machen werden, dass es bei mir sich weiterhin positiv entwickeln wird. Vom fünften zum sechsten Monat sehe ich halt auch einen Unterschied. Ich hoffe, das geht noch ein bisschen so weiter. Und zum anderen habe ich, ich frage jetzt mal, was ich sagen wollte, gerade in Bezug. Ja, zum anderen, was war das andere? Ich weiß es nicht mehr. Gut. War, glaube ich, wichtig. Aber schade. Ja, wie ihr seht, ist das Video nicht gescriptet, sondern ich spreche wirklich frei von der Seele runter. Ja, also, der, oder, was sage ich jetzt? Der letzte Punkt für mich persönlich. Na, ihr seht es natürlich, ne? Da sieht es etwas kalt aus. Wenn man so unterhält, finde ich eigentlich, dass es ziemlich cool ist. So, entscheidend ist für mich hier auch nicht nur das jetzige Ergebnis, so wie es da steht, sondern die Vorher-Nachher-Geschichte, ne? Ich hatte ja wirklich vorne fast gar keine Haare mehr, ne? Es ist ja nicht so... Achso, ich glaube, was ich sagen wollte, ist, hätte ich mit diesem Stand, ja, mit diesem Stand, den ich jetzt habe, eine Haartransplantation gemacht, bin ich mir ziemlich sicher, dass vorne alles komplett dicht und voll gewesen wäre. Mein Stand war aber nicht der jetzige, sondern ein viel, viel, viel schlechterer. Ich werde heute oder morgen ein Video hochladen, wo ihr Bilder von mir vor der OP seht, sowohl mit ganz kurzen, als auch mit längeren Haaren. Da seht ihr eigentlich mal, wie wenig Haare ich wirklich vorne hatte. Und wenn ihr dann den Vergleich seht zu jetzt, dann ist das Unterschied wie Tag und Nacht. Das höre ich auch von meiner Familie, von Freunden, von Freunden, die mich länger nicht gesehen hat. Den Leuten fällt das auf. Die sagen, oh, wie siehst du viel frischer, viel jünger aus. Durch den Haarausfall wirkte ich dann doch irgendwann recht alt irgendwie. Wurde nicht selten auf Anfang, Mitte 30 geschätzt, obwohl ich Mitte 20 war. Ich meine, gut, mittlerweile bin ich 27, aber mit 25 hatte ich ja auch schon den Haarausfall. Da wurde ich generell auf Anfang, Mitte 30 geschätzt. Ja, wenn ich jetzt Leute kennenlerne, dann schätzen die mich schon deutlich realistischer ein. Das schätzen die mich auf 25 bis 28 oft. Da machen Haare doch wirklich viel aus. Dementsprechend bin ich sehr zufrieden, bekomme auch wirklich positives Feedback. Die Lücke hier oben soll natürlich noch etwas dichter werden. Noch habe ich 6 Monate Zeit. Die Haare können noch bis zu 6 Monate aus den Haarwurzeln rauskommen. Sie werden dicker, sie werden dadurch dichter und sie werden auch länger. Und ja, einfach noch ein bisschen Geduld mitbringen. Das war es erstmal von diesem Video. Ihr habt jetzt den neuen Stand. Ein Video wird wieder kommen nach 7 Monaten, sprich in 4 Wochen circa. Und in dem Sinne, euch alles Gute. Und wenn ihr Fragen habt, dann bitte immer kommentieren. Positiv wie negativ. Ich nehme auch negatives Feedback gerne auf. Wenn ich der Meinung bin, oh ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, bringe ich den auch gerne im nächsten Video. Ansonsten findet ihr den Link zur Haarklinik unten, wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wie hat bei Fragen, Fragen. Kritik, positiv wie negativ, gerne in den Kommentaren. Ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao.